Sorry, ich hab's grad gelöscht Ey Freunde, ich muss euch jetzt mal was gestehen, ich habe gerade Ein wunderschönes HG-Gangplay mit Keytalks gelöscht Um dieses Video jetzt aufzunehmen Allein dafür müsst ihr schon ein Like aus Sorry Einen Like aus Mitleid da lassen, hat Spaß Du brauchst übrigens grad einen geilen Thron Was machst du denn eigentlich? Bist du da Pyrotechniker? Wegen Christmas, du weißt Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal Ja, warte, so ist es schöner Wegen Christmas, hast du grad gesagt Ist das so typisch, dass man... Wegen Silvester Ach so, ja, ist dann Christmas so typisch, so ein bisschen Auch ein Silvester, man Das erste, wo man nicht immer rausgeht, ist so ein Lava-Eimer Ach, einen neuen Thron Nein Ich bin nicht zufrieden mit dem Oh mein Gott, Tenhard Das verlockt ein bisschen, ne Wip Herzlich Willkommen zu Warte, wie heißen die Warten 2V2s mit Hengis? Habe ich es immer genannt, ne? Ja Okay, ähm Herzlich Willkommen zum Dritten Part von 2V2s mit Hengis Jengis Ähh Wie es der Titel schon sagt Werden wir zum dritten Mal Ganz einfach ein paar 2V2s zusammen spielen Und ich würde sagen Hengis, bist du top drauf? Bist du top motiviert? Jaaaa Du Kleiner, ich wollte... Ich wusste, dass du es wolltest Ja gut, ich habe meinen Schwätschenden Land gehabt Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video Let's do this! Okay, auf geht's Ähm, oh, die sind für dir Weißt du, du bist halt immer noch so ein lustiger Typ MGX Red Oh, du bist so früh im... Okay, lass mich's Schaffst du's? Hilfe Bruder! Er brennt, ich auch Ich krieg meinen Kollege, ich krieg meinen Ich hab meinen auch Super! Ähm, soll ich die Lavander von unseren Gegnern wegmachen? Zwei Herzen Glada! Zwei Herzen Ich legge schon wieder Ich bin hier ein bisschen ängstlich für andere Sache dran Ich legge Läu, ich hab grad nen Lack-MLG Krieg ihn! Hilfe! Bordiii! Nice! Wenn's jetzt in Zukunft öfters leckt, wär das halt echt ein Problem für mich Weiß halt nicht, warum es leckt Schaffst du die Zwei? Ja, guck was er macht, hast du's gesehen? Wer sein Maid angezündet hat? Ich hab... ich war das Achso, sorry Yaddi! Juckt mich nicht, dass ich im Wasser- äh Feuer bin Nice, Bastian, mein heart is Wenn's dir gefallen, dann kannst du gerne eine positive Höhung gelassen Der Prigate muss sich lohnen. Man, lass ich halt auch noch reinlaufen. Ja, der Prigate muss sich lohnen. Ja, alles klar. Ist das dein Motto? Jupp. Cool. Oh, Basti, Flawless meint. Ja, ich mein auch. Nicht so richtig. Oh mein Gott, ich wundere mich gerade. Schaffst du's? Meiner hat geheadet. Ich auch. Meiner ist down. Meiner ist down. Geh auf mein. Geh auf mein. Vorne. Ficken. No offense. Was? Hast du grad wieder... Man, immer wenn der Bow wichtig ist, treff ich nicht. Ah. Def, 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 def. Das ist super, Basti. Super. Welcome to the Comeback des Jahres. Super. Schöne Taktik. Kann mich der Enderman nicht killen. Oh, die schießen mit dem Bogen. Prigate muss sich lohnen, Basti. Auf geht's, Taktik. Pass auf. Links flankiert. Äh, hänges, hänges, hänges. Okay, ich glaube, ich muss... Ich bin, glaube, lower als er. Wie ein Zwerg. Vier und halb. Vier hat der. Vier hat der. Hat der gehadet? Weiß nicht. Hinter dir. Nice, Kollege. Oh, da hab ich aber mal die Sau rausgelassen, ne? Trotzdem hab ich den Kill bekommen. Okay. Man kann natürlich auch wie eine Sau die Vorarbeit machen. Als würde... Einer hat neun. Einer hat neun. Äh, zehn. Passieren. Wat? Was ist mit dir los? Ich wollte pregame. Ibo. Ibo. Ibuprofen. Risiken und Nebenwirkungen lesen die Lepakus-Beilage überfragen. Sie haben einen Arzt und Apotheker. Mega cool. Wow. Ein Herz hat er. Wow, ist er mal wieder. Ey, ja, Mann, ich hab halt die ganze Zeit nicht geheilt. Er hat drei oder vier gecheckt. Ja, was soll denn das schon wieder, dass du dich jetzt hier nicht richtig anstrengst, nur weil es hier meine Videos sind, oder was? Er hat drei oder vier Heads gecheckt. Ich hab nicht einmal geheilt. Ja, wie soll ich das schaffen mit zehn Sechs? Nur diesen... Hat der... Ah, er hat mehr Herz, ne? Oh. Hast du... Du stirbst. Ja, das war... Natürlich, wenn du verkackst und ich wegen dir halt auch verkacke. Ich hab nicht verkackt. Ich hab nicht einmal geheilt, Alter. Ja, ich hab auch nicht einmal geheilt. Dann kann er stolz aus hier sein, ne? Wir sollten vielleicht mal UHC Without Healing spielen. So... Was auf, das ist Choices! Sogenanntes... Nur... Minecraft? Nice, Kollege. Nice, clean! Weitersuchen. Merci. Pass auf, die... You're welcome! Die haben viel... Ich wusste es, weil es auch die Map ist. Old Man... Memory... Sollten ihr... Ah, stimmt, das hab ich ja auch reingebracht. Das ist in einen Fake-Clip, ne? Ich sterbe! Nein! Bitte nicht! Benutz einen Head! Ich habe einen Heads benutzt... Meiner hatte zweieinhalb. Deiner ist auf drei! Ich werde dich healen! Ich werde dich healen! Kollege, kriege ich! Fick meinen! Du musst nur deinen weghalten! Okay, nice. Dann muss ich deinen auch noch racken. Jo, du musst alles machen. Ich zerstöre grad richtig flawless hier, Alter! Nice, fast nice! Das war eine brenzlige Aktion. Mann, wir spielen nur gegen Low-Gegner. Die haben alle so Low-Elo. Ich will ja ehlo... Sag's, sag's jetzt nicht so laut! Was? Sag's nicht so laut! Wir hätten jetzt auch so... Wir können ja nichts dagegen machen! Ja, wir hätten ja so... Wir können auch so sagen, dass sie jetzt alle hier... keine Ahnung... 2K haben... Gieß doch im Chat! Naja, ich kann's ja immer noch editen! Weißt du, wie ich das meine? Super! Bastika geht die Wahrheit! So meinst du das? Achso, das langerwartete Video... Oh, die haben... Die haben bisschen Elo! Das ist ein langerwarteter Elo... Äh... Mann, Junge! Das ist ein langerwarteter... Das ist ein langerwarteter Video von dir! Das kam ja auch nie, ne? Welches? Ja, ich hab's halt zur Hälfte geschnitten, aber da war ich zu faul! Jetzt ist es eh old! Weil ich mich ja eh schon verändert habe, ne? Oh Gott, Hengis, please! Help, 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 help! Ja! Ich komm, mein Freund! Let's go and double him! Okay, I really appreciate this! Thank you! You are... You're like... Brother from another mother! Er hat 5! Brother from another mother! Muss ich mir merken! Nicht von dir, das weiß ich, aber egal! Nice! Rate von dem hin wie gute Lava war! Von mir? Mann, was dich wird gedubbelt! Wenn du wirklich halt nur noch anderthalb Herzen hast und keinen einzigen Heal... Du fühlst dich wirklich wie so ein Lonely Warrior! Er weiß einfach nicht was er tun soll, er ist vollkommen überfordert! Du, Alter! Oh, GHG! Mmh! Archer GHG! Patness GHG! Sniper GHG! Das war gerade echt mit der Lava, war das schon ein bisschen fail! Der Ali Bucuk! Äh, lol, hat der irgendwas an? Why? Das sah so Unlegged aus! Vielleicht hast du noch mit mir verwechselt! Hahaha! Oder mit German Big Hacker! Jungs, schieß mir im Weg! 4-5! 4-5! 5, Basti! Irgendwie! Nice! Tenhard! Da war mal noch ein Tenner, war? Da war ein Tenner! Okay, Basti! Ja, lass mal bitte jetzt... Lass mal 16,50 spielen und dann aufhören! Wer haben wir? Wer haben wir nicht? Basti! Wir brauchen noch 100! Ja! Und das ist halt jetzt so krass! Willst du mich eigentlich nur... ...double... ...mich... ...richtig alleine lassen? Ja, Digga, ich bin... Rodin! 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 1-5, Alter! Boop! Oh mein Gott! Was ist? Jump'n'Run mit, äh... 360! Ja, Lidl kann mich auch durchhitten, ne? Ähm... Hast du da ein bisschen mal... ...x gedrückt? Für X-Ray? Ja! Für X-Ray? Stimmt, X-Ray hilft so krank! Och, schade! Und ein Tenny! Bist du so ne verwirrten! Jetzt haben nicht mal über 1200 Elo! Die hier? Ja, die haben 1190! Sag mich, wie lang... ...wie man so lange dann noch weiter spielt! Ja, die spielen gar nicht schlecht! Also, der eine jetzt... Keine Ahnung! 1-1! Ja, okay! Wip! Nein, es passt hier! Wip! Wip! Es sind immer so ne kurzen Lags! Also, es tut mir auf jeden Fall leid, Leute! Aber... Man muss nehmen, was man kriegen kann, wa? Ich hab extra die Festplosion geleert! Und da war ja leider... Gute Gameplay, ne? Schöne Grüße an Twitter zu einer Stelle! Also... War jetzt dann... Also, es war ein... Trotzdem knapper Fight! Es war auf zweieinhalb Herzen, war ich am Ende! Der hier links ist... Ohne Healing! Ha? Ohne Healing! Yes! Nur mit den Sachen, die wir aus den Kissen hatten! Das war dann größtenteils nur durch die Poison-Pots und so beeinflusst! Schön! Oh, nice! Ja, lassen wir noch auf 50 spielen und dann... ...sind wir nicht ganz gut dabei! Syndicate Games! Ich hab Simoya gespielt! Ich hab Pagee gespielt! Ich hab Doge gespielt! Oh wow! Er kriegt meinen Andrew! Er kriegt meinen Andrew! Deiner war ja super low! Was denn? Deiner war super low! Bist du gestorben, bitte? Ja, natürlich bin ich gestorben, deswegen! Jawohl! Hilf mal! Nimm mal ab! 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 Okay, fuck! Einer und halb Herzen, bitte! Ander und halb! Das war... Mein Fail! Mein Fail! I won't hit! Ja, okay! Gut! Wollen wir die Episode hier beenden, mein Lieber? Jo! Bist du zufrieden mit der Ausbeute letzten Endes, oder? Hm, geht's! Ja, war jetzt nicht... War jetzt nicht so das Wunderschönste von allem Schönen, aber ich muss jetzt gleich streamen gehen, deswegen müssen wir jetzt die Folge hier auch beenden. Wir sind jetzt irgendwie stehen geblieben beim Elo von 1650. Wir haben angefangen bei irgendwas um 1500. Darf ich bitten? 1664. 16... 1664. Wir können ja dann sehen, äh, in 2v2's mit Hengis 4.0. Vielleicht wird es ja dann auch irgendwann mal kommen, wieviel Elo wir dann schaffen. Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung lassen. Ich würd sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Hengis ab. Der lädt auf jeden Fall sehr viele verschiedene Spielmodis und auf jeden Fall auch ziemlich viele allgemein hoch. Deswegen, den dürft ihr auf jeden Fall nicht auf eurer Subliste vergessen. Ich würd sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Bis dahin, haut rein und ciao! Ciao!